Die deutsche Agenda besteht aus zwei Punkten. Erstens schauen wir zurück. Wir haben im Gipfel in Wales reagiert auf die russische Invasion in der Ukraine und haben ein neues Programm der NATO auf den Weg gebracht, wo wir die Partner, die sich auch besonders bedroht fühlen, dass wir denen die NATO-Mechanismen zur Verfügung stellen, damit sie sich sicher fühlen. Und wir werden sehen, wie wir bei diesen Programmen, die wir jetzt umgesetzt haben, wie weit wir dort stehen und wie weit wir die Partner auch damit zufrieden sind, was erreicht worden ist. Deutschland hat einen großen Beitrag zugeleistet und ich glaube, wir können unter dem Strich sehr zufrieden sein mit dem, was wir seither erreicht haben. Ich sage zwei Punkte. Wir haben die Herausforderungen aus dem Osten, wir haben aber gleichzeitig auch sehr viele Herausforderungen im Süden. Und wir müssen auch die südlichen Mitgliedstaaten der NATO hören und müssen sehen, was wir auch auf der südlichen Flanke mehr tun müssen, damit sich die Partnerstaaten dort auch in Sicherheit wägen können. Wie ist Deutschland ein wichtiger Bündnispartner? Also es ist so, dass Deutschland immer ein wichtiger Bündnispartner war, nicht nur aus unserer Selbstsicht, sondern ich glaube auch aus der Sicht der anderen. Wir haben in den letzten Jahren unseren Beitrag geleistet. Wir leisten unseren Beitrag zu dem, was ich eben sagte, zu dieser schnellen Eingreiftruppe, die wir vor allem den östlichen Bündnispartnern gegebenenfalls zur Verfügung stellen müssen. Wir haben im Übrigen aber auch jetzt gerade in den letzten Jahren im Hinblick auf den Einsatz in Afghanistan auch mit unseren Beitrag geleistet, gerade auch dahin, dass dieser Einsatz gegebenenfalls verlängert werden muss, weil die Situation noch nicht so ist, wie sie ist. Und da geben wir Anstöße, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Aber wir sehen uns als einen wichtigen Partner in der Allianz. Diese Allianz kann aber nur funktionieren, wenn alle miteinander in die gleiche Richtung gehen. Und da bedarf es aller Partner. Da kann nicht einer alleine etwas bewirken.